Musik ADACP-Hilfe Schönen guten Tag, ihr Leitstierkaufsbitte, wir benötigen einen Abschleppfahrzeug Wir schicken jetzt vorbei Dankeschön, Dankeschön Was gibt's? Auf dem Weg Fahrzeug 18 hört Wunderschön, wunderschön Fahrzeug 18 hört Fahrzeug 17 hört So, RTW ist 20 Fahrzeug 20 hört Der ist kaputt, glaube ich Fahrzeug 20 hört Ist der jetzt mal manuell mal Ah, manaliert Alarmiert werden Oder was ist hier los TN7 Status 4 Fahrzeug 22 hört Fahrer wieder so Absitzen Hier Leute PA PA Einsatz einmal bitte Schlauke 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 Auf den Weg Das muss ich nicht wo sein, oder? Freie überlebensfeuerwehr Was ist denn? Fahrzeug 21 hört Fahrzeug 21 hört Keine Ahnung, das muss auch ein LF sein Fahrzeug 6 hört fahrzeug 22 fahrzeug 22 kommt da nicht hin auf dem weg ausbreiten verhindern kannst so guck dir das aber gibt es hier nirgendwo und und die brenz weil der wieso schon und wie schon wieder so ich hätte ich gerne zwei letzten fahrzeug 20 gut, einmal Krankenhaus Status 7, du, Sport abliefern dann hätte ich gerne noch einen äh, noch einen ASF Fahrzeug 6, hör auf den Weg Oh, YouTube, umgekommen Das ist genug Ja, er muss eine rennen, guck mal Verlässt Jetzt steh Okay Nein, 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 ich muss da vorne Da vorne Weg mich, da vorne Da vorne Okay Wo sitzt du denn? Ah, da ist sie Ah, guck mal dahinten gibt es Augen verletzten Ah, guck mal an, LKWs prallt das komischerweise ab Wunderschön Äh, hier hätte ich dann gerne nochmal Oh, Alter, nee Das ist so BF Hier Florian Karlsbüttel mit Einsatz für Bußfeuerwehr Karlsbüttel Florian Karlsbüttel Ende Fahrzeug 13, hört Ich sollte, glaub ich, eher hier drüben beim Atomkraftwerk löschen Auf den Weg Ah, guck mal Kann der das auch schlagen? Ah, guck mal Kann der das auch schlagen? Ah, guck mal Error Äh, 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 abbrechen Ne, Ignorer Geht nicht, ist kaputt Fahrzeug 22, hört Ah, das kann auch daran liegen, dass keiner draufsitzt Ah, du kannst schlagen, drüben Was ist das denn? Ja, du gehst durch Fahrzeug 22, hört Fahrzeug 22, hört Fahrzeug 22, hört Fahrzeug 22, hört Fahrzeug 21, hört Ihr beide unter Mit der PA Schlauch Kann man mit dem Schlauch Verteiler setzen? Ja, wird's gemacht Mal herausfinden Kann man? Ja, guck mal Höre Verteiler setzen Den tut auch immer da ankuppeln Fahrzeug 13, hört Müssen wir nach da hinten Fahrzeug 12, hört Fahrzeug 14, hört Das hat drüben ist eigentlich gerade relativ Das hat drüben ist da nicht Fahrzeug 13, hört Fahrzeug 14, hört Fahrzeug 25, hört Ah, guck mal Der BFRTV ist da Ich bin begeistert Fahrzeug 2, hört Komme ich denn zu der Ehre Korn Ehre Fahrzeug 25, hört Höre, schon unterwegs Entschuldigung Da kam der Husten schneller als wie ich leise gehen konnte Ja, wird ausgefüllt Fahrzeug 22, hört, hört Minus Abbauen, Minus Fahrzeug 6, hört So Haken Fahrzeug 22, hört Aufsitzen Ja Auf dem Weg Fahrzeug 22, hört Fahrzeug 21, hört Sehr schön Und du musst jetzt mal nach hier oben Fahrzeug 22, hört Und du machst Aber Hauptsache Fahrzeug 21, hört Okay, ne Dann fest du wieder nach da oben Fahrzeug 21, hört Auf dem Weg Fahrzeug 24, hört Ach, mir geht das so Hä, lagen da zwei oder wird Oder haben sie den von ihnen mitgenommen Zustand der Person kritisch, okay, einmal, 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 NEF Fahrzeug 8 hört, Fahrzeug 2 hört Fahrzeug 8 hört, Fahrzeug 8 hört Fahrzeug 8 hört, Fahrzeug 13 hört Fahrzeug 14 hört, Fahrzeug 12 hört Das kann man in der Befehlswagen Aha, Ruf für TLF, Ruf für DLK, Auto auf Fahrzeug 14 hört, Fahrzeug 24 hört Hier aufsitzen Fahrzeug 8 hört, was gibt's, auf dem Weg Ist in Arbeit, ja, Fahrzeug 8 hört Einheitsabbruch, anderes NEF, hofft ihr da Fahrzeug 14 hört So, an Fahrzeug 13 hört, Fahrzeug 24 hört Fahrzeug 12 hört Kannst du aufsitzen sagen, dann parken Und dann hätte ich hier gerne nochmal die beiden, ne ASF ASF ADAC, Pannhilfe Schönen guten Tag, hier, Rachel, Kauz Bitte, wir benötigen eine Abschrift, Kauz Wir schicken eins vorbei Das ist nett Fahrzeug 13 hört Und, noch ein Einsatz Reißlauf, Kool Klops Ups, hab ich Kool Klops gesagt? Tut mir leid Reißlauf, Kollops Wo denn? Ich hör ihn Einsatz Einmal Drehleiter bitte DLK Das Bank RTV Ihr Florian Kauz Whose RTV Ihr Florian Kauz Oder ist das Lieder Christoph K hab ich heute mal gek었습니다 So, Karken Reißlauf, K Einsatz für Christoph K Sehr schön Reißlauf Kommt, aber das andere nicht. Wieso nicht? Geht das nicht, wenn man beide gleichzeitig alarmiert? Warte mal, ich versuch's nochmal. ASF Jetzt. ADAC Panthilfe. Hallo. Fahrzeug 17, höher. Fahrzeug 17, höher. Ja? Wird gemacht. Das ist nett, dass Sie mir eins vorbeischicken. Ich bedanke mich sehr gerne. Dankeschön. Ach ja, meine lieben Freunde. Haben wir das ja auch gleich geschafft hier oben. Da ist auch ein Dauerbrennpunkt hier, ne? Wird nicht Dauerbrennpunkt. So, aus. Fahrzeug 13, höher. Fahrzeug 13, höher. Fahrzeug 13, höher. Schade, dass es keine Bug-Tool gibt. Denn der TRF macht mir immer noch so. Ah nee, ist weg. Ah nee, da steht sie. Fahrzeug 22, höher. Und was kommt jetzt? Illegale Demokratie, Stolz 6. Fahrzeug 15, höher. Okay, das hatten wir ja schon mal. Da brauche ich so viel Pullis, wie es geht. Ja, in unterwegs. Fahrzeug 9, höher. Da ist eins. Die beiden sind da. Okay. Widerstand. 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 Fahrzeug 15, höher. Das ist ja auch geil hier, ne? Cool gelöst, cool gelöst. Was geht's? Auf dem Weg wird umgehend durchgeführt. Das Fenner finde ich ja geil. Widerstand. Fahrzeug zehn hört. Hier zur Ablenkung. Absetzen. So, rundrum, einer da, einer da. Einer da, einer da. Und die dehnen. Nein, scheiße. Okay, das war ein Versuch wert. Ja, Widerstand! 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 Yes, ein verletzte Bord, was auch ne geile, ist das geil! Gut, haben das geschafft, ein RTV bitte. und Laganfall Wir haben Florian Coils, bitte mit Einsatz von RTV 2. Im Haus? Kultbüter Scheiße, jetzt der RTW Kultbüter weg So, einmal bitte Notarzt So, gerade mal Ja, ich rette dich sofort So, wo denn? Der hat drin, ich hab' uns offen Ansonsten einmal bitte TLFDLK Mal sehen Schkuke, schkuke, so, absetzen Ablegen Fahrzeug 17 hört, höhren, ausgefühlt Oh, Glück gehabt Schlaganfall ist nicht zu sparschen, ist Christoph da? Ja, geile Christoph Dann kann Christoph doch eigentlich mal hier landen Sehr geil So, dann haben wir den Bahnübergang auch schon wieder frei, sehr schön Nach dem für zum Gefängnis, Fahrzeug 19 hört Dem sollte es eigentlich soweit gut gehen Dem Herrn Polizisten Wieso solle es dem auch nicht gut gehen? Jetzt habe ich meine Uhr weggemacht Toll, da Oh, wir sind schon bei einer ¾ Stunde Ich bin begeistert, hör´ Herr Spiel Herr Spiel, was wird hier los? Also, ich will das Spiel jetzt nicht loben, ne Sonst stürze ich mich da So, einmal bitte Zack Das kannst du alles, Status 6 Achso, das ist viel NEF 2, Status 1 Äh, Status 2 Wo sind sie da? Oder wir gehen da Wie geht's dem? Der braucht wahrscheinlich auch eine Notarztbegleitung Einmal bitte deinstallieren Einmal deinstallieren So, du Da rein Du, da rein Du Äh, und was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Voll gut, Alarm Wunderschön So, den Ah, dieses Hin- und Herspringen Das ist schlimm Äh, nicht RTW Hier, Paulus 01 mit Einsatz für den Funkstreifenwagen 1 Paulus 01 Jetzt sitzen Und packen Packen, das ist halt Das ist aber hier packen Fahrzeug 17 hört Jetzt einmal hier rüberkommen Ja, ist in Arbeit Da hört man Christoph noch wegknattern Schon unterwegs Ist in Arbeit So, dann brauche ich hier oben wahrscheinlich noch absch- Ah, nee, brauche ich nicht Sehr schön, sehr schön Warnung, die Bank ist wieder frei Status 2, sehr schön Christoph ist am Krankenhaus gelandet Steht Christoph, nee, in Wirklichkeit steht Christoph hier oben, ne? Ah, nee, Christoph, einsatz, zentral ist da los Ladendiebstahl Jo, kriegen wir hin, kriegen wir hin Die Zeit Hier, Paulus 01 mit Einsatz für den Funkstreifenwagen 2 Fahrzeug 9 hört So, Absatz, jetzt gerade Versteht nicht